Vielen Dank. 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 Hello. Hello. Thank you. Hello. So... They are... We are introducing, so we could do the same. Can we start from you? We're introducing, so they are introducing, so they propose us to do the same. Okay. Do you mind if we start like that? Do you want me to introduce yourself? Okay. What should I say? My name and say, my name and my work? My name is Pasquale. My name is Pasquale. And I work with my work. And I work with agriculture. I did a lot of things. And that's all. Hi, mein Name ist Ritfa. Ritfa. Mein Name ist Ritfa. Ich wohne in Kassel. Ich bin der erste Mal hier. Ich bin ein Therapist. Hi, mein Name ist Elke. Ich wohne in Zemir aus Kassel. Es ist wunderbar zu sehen, so viele Menschen aus der ganzen Welt in dieser Zeit. Mein Name ist Sarah. Ich wohne in den USA. Ich wohne auf einer Farbe. Ich bin ein Textile Artist. Ich bin Lisa Gnu. Ich wohne in San Francisco. Ich bin ein Artist hier, hier zu lernen, was die Menschen in der ganzen Welt sprechen. Mein Name ist Anneliese Gooden. Ich bin aus den USA, von San Francisco. Ich bin ein Artist und ein CEO. Ich bin Martin. Ich bin vielleicht in Brasilien. Ich bin nicht sicher. Vielleicht bin ich ein Artist, aber für mich bin ich bei Architektur. Mein Name ist Eva. Ich komme aus Austria, aber ich wohne in Kassel seit 2008. und ich bin ein Dressmaker. Mein Name ist Simone. Ich wohne auch in Kassel. Mein Name ist Laura. Ich bin noch ein Student. Und es ist meine erste Mal in Dokumentation. Mein Name ist Ashley. Ich wohne auch ein Student. Und ich wohne in Frankfurt. Sorry? Ich wohne in Frankfurt. Okay. Mein Name ist Alexandra. Ich wohne aus Darmstadt. Es ist meine zweite Mal in Dokumentation. Mein Name ist Sascha. Ich wohne in Kassel. Und jetzt wohne in Frankfurt, Darmstadt. Mein Name ist Katrin. Ich wohne aus Dresden. Und es ist meine zweite Mal in Kassel. Mein Name ist Marianne. Ich wohne aus Leipzig. Mein Name ist Jan. Ich wohne aus China. Ich kann Deutsch. Ich spreche in French. Sorry. Ich bin ein Student. Sorry. Mein Name ist Luigi. Ich wohne aus Italien. Ich wohne aus Darmstadt. Ich wohne aus Darmstadt. Ich wohne aus Hong Kong. Hallo. Mein Name ist Hone. Ich wohne aus Hong Kong. Und ich bin ein Architekt. Mein Name ist Christiane. Ich wohne aus Bremen mit zwei Freundinnen. Mein Name ist Gelinda. Ich wohne aus Europa. Mein Name ist Hugo. Ich wohne aus Europa. Ich wohne aus Australien. Ich wohne aus den USA. Ich wohne aus Europa. Ich wohne aus Georgia. Ich wohne aus Europa. Ich wohne aus den USA. Ich wohne aus韓國. Ich wohne aus Hamburg. Mein Name ist Cora. Ich bin ein Amerikaner. Ich live hier. Ich unterstütze einen Artisten von New York City, Linda Cunningham, die machte Sculptures. Hi, I'm Dr. Glenn Smith. I'm a Professor from America and I like Documenta. Second time here. My name is Frankie and I'm from Melbourne, Australia and I'm a poet. I'm Nicole from Grimm. I'm glad to be here. Hello, my name is Priva. I'm living in Hamburg and I'm working for an opera company. Hi, my name is Morit. I'm from Austria. My name is Meredith. I'm a performer and a singer and I was just in Athens a couple weeks ago for a performance at the Megaron. So, hello. Hello, I have no name, but I can do this. Hi, I am Vinay. I'm Athenian. I'm trying to become an actress. Hello, my name is Joel and I'm a student from Leipzig. Hello, my name is Christian. I'm a pastor here in the south of Germany. Hi, I'm Antonia. I work in a theater in Darmstadt and it's my daughter, our daughter Paula. Would you like to say your name? I'm Angelica. I live in Hamburg and it's my first time here at the Documenta, the first hour as well and I'm very curious what's going to happen. My name is Gabriel. I'm coming from Hamburg as well, but I'm born in Kassel. So, I'm coming back to my roots and yeah, let's see what's going on. Now, the people from Athens suggested that we stand up and we position ourselves in the room and we speak with another person. Oh, sorry. Sorry. My name is Camille. I'm from New York. I'm an art writer and curator. Thank you. Sorry. I didn't see you. You're welcome. I'm so sorry. It was my mistake. Sorry. You have to speak with me now. Okay. So, where are you from? I'm from Greece. Athens? Yes. Yes, come on. I'm from Athens. I'm very true for the Documenta. I really love Athens. I think Athens is a new Berlin. Yeah, it's very vibrant, you know, a lot of art and people so friendly. It's very cheaply. Berlin is gone, really. Very expensive. Yes. So, Athens is coming. It's very big county. Thank you. So, I was like, oh, I love Athens. So, I tell everybody. So, like, Berlin, now it's new Berlin. So, come over. Because a lot of people in New York, they want to find some place to live, to have a rental studio or something. So, it would be great. So, it would be great. It would be the solution. I know. Are you an artist or you're a dancer? Yes. I'm a young man. What kind of media? I do theory. What in theory? Theory. There is. There is. There is. There is. Same thing here. I see. So, you can do conceptual art. Do you feel it? Yes. Yes. Do you like the documentary now? The documentary here? Yes. The black? Yes. The documentary here. What's the selection? It is the best. There is twice already. I love it so much. Then New, New, Galleries, good. And then new gallery. Not a new gallery. Not a new new gallery, singing. It is new galleries. Es ist nicht so gut. Du wirst es gut. Ja, ich sehe es. Was ist passiert? Ich denke, dass die Leute sich immer noch kennen und sie versuchen zu engagieren. Ich versuche, dass sie sehr nahe sind. Sie haben eine gute, gute Fläche. Wir haben keine gute Fläche. Ja, wir haben eine gute Fläche. Ich weiß. Aber ich dachte, wir werden danceen. Aber es ist nicht okay. Manchmal, wir danceen. Ich verstehe. Ich liebe, ich liebe immer diese Interaktion. Ich liebe diese Interaktion. Last Jahr, ich hatte eine Interaktion. Ich habe eine Interaktion. Ich habe eine Interaktion. Ich habe eine Interaktion. Ich habe eine Interaktion. Ich verstehe. Ich habe eine Interaktion. Ich habe eine Interaktion. Wer ist der Audience? Wir haben es zu figurenter. Ist es ein Audience hier? Sie sind nicht die Arzt, Sie sind die Arzt. Sie sind die Arzt. Sie sind die Arzt. Aber wir sind die Arzt. Wir sind nicht die Arzt. Wir sind die Arzt. Es ist die Arzt. Es ist die Arzt. Ja. Wir sind die Arzt. Wir arbeiten nicht. Wir versuchen, die Schwabe einonton! Ich denke, ich denke nicht. Wir sind die Arzt. Ist es greister, denn derjenige ist die Jay-Zen. Wir versuchen, die Impfung zu treffen, und die Musik zu Mexico was. Ja. Ja, ich bebe. Und sie ist auch ein Arscher? Ja, Bananja. Ja, sie ist ein Arscher? Ja, ja. Sie ist ein Arscher. Sie ist ein Arscher. Ach, nicht ein Arscher. Er ist eine Inspirative. Sie wollen sie ein Arscher sehen? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Was ist das? Er ist nicht professionell, ich glaube. Warum haben Sie alle von Athens? Ich weiß nicht, weil wir das in Athens. Wir haben das auch in Athens. Wir haben das gleiche Konzept in Athens. Und wir gehen von Athens bis hier. Wow, ich wünsche mir das, warum wir das in Athens? Und Sie haben nicht gesehen? Ich habe nicht gesehen, das war in Athens. Aber ich bin in der Contemporary Art Museum in Athens. Das ist wirklich gut. So far. Aber sie haben zwei verschiedene Pläne. Eine Pläne in Musik. Da war die Konzept. Die Musik Konzept in Athens. Ja, ich bin in der Musikstour. Aber ich habe nicht gesehen. Ja, ich bin in der Musikstour. 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 Ich bin in der Musikstour. Ich bin in der Musikstour. Es ist ein Witz, weil wir haben beide gesehen. Ich weiß. Aber es ist okay. Ich habe zumindest gesehen, dass ich einmal gesehen habe. Also, ich bin noch nicht noch ein paar Mal. Ich bin noch nicht so, dass etwas passieren. Es ist so, dass es so ist. So, jederzeit ist so, wie du sprachst? Jederzeit ist anders. Wir versuchen verschiedene Erinnerungen. Dann haben wir diese Suggestion. Wir fangen an, was die Athens Group macht. Ich verstehe. Sie sprechen. Sie sprechen, ja. So, sind Sie auf die Musikstour? Ja, ich bin in der Musikstour in Urbino und Bologna. Ich bin in der Musikstour of Art und die Musikstour of Cinema. So, Sie wollen Sie sich als Art und die Musikstour? Nein, nein, ich bin nicht mehr. Ich arbeite für ein Proletariens und stude. Aber Sie haben es geschafft. Ja, ich habe es geschafft. Ich möchte mich noch nicht mehr studieren. 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 Ich verstehe. Ich verstehe. Und wenn Sie eine Doktor-Degree Laureen können Sie in der Schule hinunterwenden? Das ist amgen. Wenn Sie eine Doktor-Degree können Sie in der Schule hinunterwenden? Ich habe keine Doktor-Degree, also habe ich habe... Sie will viel studieren. Ja, sicher. Ja. In den USA, wenn Sie eine Doktor-Degree haben, dann können Sie in der Schule hinunterwenden? Genau. Ich kann noch eine Doktor-Degree in der Schule hinunterwenden? So I have to work and study at the same time, which is pretty difficult. I think in the United States sometimes they do that too. You study and then work. But when you study PhD, they only give you a job. They pay you and then you can be your assistant professor. Yes, yes. To the professors or something. But not enough. No. No. It doesn't happen. So Bologna, I've been there. It's really nice, beautiful place. You can find some other jobs. No? Yes. What did you do? I'm a car driver. I park cars. This is what I do for England. In Athens. In Athens? Yes. But you study in Italy, no? I finished. You go back? Yes, I go back. Oh. I finished money, so I have to go back. Yeah, Athens. I think Athens is a lot of people having a job. Yes. There's a great problem with employment. Also with lack of jobs. Yes. Unregistered jobs. What about like in the restaurant? Yeah, I would wait for it. In the restaurant, what are you doing? What are you doing? No, no. It's my dad. I just mentioned that you can speak with the meeting. It's about the... I don't have a visit in the restaurant. It's about buying a pub club. It's about... It's about... Yeah, it's about... I see in the Nessas a lot of the guys. The guys, you get a lot of... It's like... It's about... Because they charge a lot of money from the store. Yeah. And then they're getting tips for people on tours. Because Athens has got so many tours. So that makes a lot of money. I think when people have no job, they should become a tour guide. Tour guide. Yeah. It's a good job. It's a good idea. Why not? That's a good idea. It's a good idea. It's a good idea. It's a good idea. So before you came, I was writing. Um... After writing now, then should I come from the company. Okay. The company. You know... Can be. Oh, okay. How was that? Das ist okay, aber ich mag es nicht. Und dann, ich habe es vergessen, ich bin ein Reiter, so ich mag es. Und dann, ich bin in den USA. Und dann habe ich das erste Mal in der Restaurant. So, ich habe es ein paar Tage. Und dann, nach ein paar Monaten, ich bin in der Arbeit. Und dann, nach ein paar Monaten. Aber dann, ich habe es dann noch ein paar Jahre. Und dann habe ich die Filme gemacht. Aber ich bin immer eine Schrift, ich wollte immer einen Film machen. Aber Film ist sehr expensive. Also, ich habe gedacht, dass ich vielleicht eine Art mit Film machen kann. Ich glaube, ich werde es machen. Ja, das ist das, was ich gelernt habe, in Filmmaking. Das ist das, was ich gelernt habe. 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 Du bist willkommen. Aber warum bist du hier? Ich bin hier, weil ich leid. Und ich will nicht bleiben. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye-bye. Bye. 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 Yes. Some feedback? Oh, das ist gut. Ciao. We will see you tomorrow on the internet. If we did it. Okay. Good luck. Bye. 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 Was soll wir tun? Wir sind gut, wir sind weg. Unsere Daute hat sie schlafen. Ja, das war's. Good luck. Danke. Das war's. Das war's für heute. So we have two connections to two other people and connect like a puzzle, not in a circle, but like a puzzle, like an animal, like an all of you. So we are all connected. Oh, we're just a charger. Oh... Oh, it's going to be so much fish and a dungeon. If we made, if we did have a whole birlikte, then it would be easy. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. What are you doing? They just told us to dance, Greek dance. Yes. A Greek dance. Greek dance? Yes. Yes. We have to follow him. And we have to sing I love Parthenon. I love Parthenon. I love Parthenon. I love Parthenon. Let's hear from them. Vielen Dank. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Do you want to say it? Do I? Do I? I need more than one. Yeah. Can you say ten photos? Ah, ten photos. Do I? I need more than one. Do I? Do I need more than one. I need more than one. I can? I need more than one. Do you have? Ich kann sie mit ihnen sprechen? Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören können. Aber ich denke, es ist eine interessante Möglichkeit für uns, als wir zusammen sind, in der physicalen Raum, zu interagieren mit uns in eine physische Weise. Something wie... ...supportieren die weight von jemand anderem... ...rather als in unseren Fotografen-Dewissen. Das ist meine Idee. Sie hat gesagt, dass wir uns auf jeden Fall halten. Das ist eine Unterstützung von einem anderen. Ja, als eine Möglichkeit, wenn wir physicalen. Okay. Would you like to support me, oder would you like to support? Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. We lost like at least 15 minutes. We introduced ourselves mostly at the time that we spoke with each other. There was a little bit more about the collective subject, maybe when we tried to dance together, but still didn't try to dance together. But we have been giving instructions from the men that are very pointed with no room for talking about those things. Yes. It's like we became the opposite of what you're saying and said you should be doing in here. We can't cover the walls. So you need to engage with the life right there. We are doing this. I think it was a very passive experience between us and others. I think the opportunity to speak with others was really, really interesting. I think sharing the personal space and virtual space is very interesting. But I think there was a delay in connection that needed to be facilitated more. Maybe more and more direction or more speaking to each other directly, not through the phones. The phones are very difficult. I don't know who you're talking about looking here, but I think it's seen there. So it feels very personal and yet it has the opportunity to be very personal. So it's a nice opportunity, I think, to be very personal. I'm happy to talk with you about that. It's awesome. With the technology, how our technologies and the capitalist system that we're in kind of creates this multidimensional thing. that we can't really see who we're talking to anymore. I mean, we could have done something different. Yeah. But we don't have to do that. Okay. Because of the result. We interact with each other. We interact with each other. We didn't hear them introduce themselves. I don't know if they heard us introduce ourselves. But we couldn't hear them. So we don't know who they are. All we know is we've got a few directions. Right? But it might be not the contact point. But it is not necessarily. I don't know if we can't hear them. You know, how does it bring us out? Yeah. It is interesting. It's pretty frustrating. It's pretty frustrating. I don't think for us. We don't know if we can't hear them. But, you know, to a point that it's very dense. It doesn't feel penetrable. And if that's the point, then that's how it feels. And that the opportunity is made, but it's not fulfilled. Right. Yeah. I would love to know where they are. And what building that is. And where they are in the city. I'm just not sure if from a technology standpoint. If it was optimized to succeed. Or if it was set up to fail. I mean, if it was set up to succeed, then audio quality would have been better. There would have been a more dynamic way to share visuals outside of the phone. So, it doesn't necessarily feel like a totally neutral starting point for seeing what would happen. Because it seems like there's some inherent limitations to the whole experience. Yeah. But the opportunity is very interesting. Yeah. To speak to Athens is really cool. That's awesome. And to be able to touch with people that you don't know, that's a beautiful experience too. I think it could have been more than this, but it's a good start. Can I ask for the question? Do the directions always go in this direction? No. We try different things every day. Actually, the direction of dancing a Greek dance was my idea. But I told him to say that it was theirs. So, we cheated a little bit. But after that, they saw us dancing and they did the same thing. So, there was a kind of interaction that we didn't understand. Yeah, but it happened in a way. Also, there were some parts that you introduced staff and people followed. I don't know if you introduced, for example, this pose on the wall. Or afterwards, you asked me to hold your weight and we tried this. You gave the energy to change into the whole group. And, of course, it takes a little time to understand that anything that you introduced could be a part of the piece, of the concert. And, yeah, now, I mean, now that you have understood that, yeah, we are almost over the hour. But what I found interesting also was what you said that they are people that we don't know because they did not introduce themselves or we didn't hear the introductions. But, yeah, there is a question if you know anyone from here because you have heard their name or where they come from or their occupation. I mean, we don't necessarily know that, but it's a touch point. It's that we don't know if they could hear us. There was never a moment where I thought that person just heard what I said or they've heard what I just said or see what we've done or we've seen what they've done. So my understanding is that they were able to choose to hear us and they could turn the phone off just as you turn the phone off so we could hear them. Yes. So it's weird also that you guys had some control over the experience but yet weren't necessarily facilitating it either. That's also really weird and interesting. I think we could have asked these people to do anything at any point as opposed to what they told us. Can you turn the sound back on? Well, I think you have this one sentence here. The distance exists between the individual narcissism and the social capacity. I mean, in thinking of that sentence, you don't actually know if your actions or your opinions or anything on technology or social media or anything really has an effect. But we say it anyway and we get kind of this narcissistic feed that it does come across to somebody but we don't know who these people are. Sorry? I don't know anything you've said. Sorry? I don't know anything you've said. Now, no. I think we are having... Can you ask them to talk to us? Yes. Could you talk to us? If you speak loud with the camera, if they have them all in the room, they will hear you. Okay. I just wanted to say hello. And you wanted them to say hello back to you, right? No. I mean, you may, but yeah, that's your prerogative as well. Can you all look toward the one camera together and just wave? We can do the same. And we'll do the same back? Just everyone in one direction, wave? I think they don't hear us. Hey, do you hear us? If we all shout together. Yes. Yeah, let's do that. They can still see us, right? No, they have turned the volume off. It feels like too hard. We can be like... Can we just look at the face? Hey! 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 Vielen Dank. Vielen Dank.